Was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um 860 München, von denen ich mir ehrlich gesagt ein paar Sorgen mache. Warum das Ganze, das schauen wir uns jetzt an. So, beginnen wir einfach mal mit den Abgängen zu dieser Saison. Da haben die 60er wirklich einen extrem großen Aderlass im Vergleich zu den Vorjahren. Wenn man sich einfach mal anschaut, mit Leandro Morgalla, einen ganz, ganz wichtigen Innenverteidiger verloren. Wobei ich da sagen würde, okay, mit dem Geld, was man dann eingenommen hat, an sich ein guter Deal. Damit konnte man auch das insgesamte Budget, also den Etat nochmal deutlich erhöhen. Im Vergleich zu dem, was vorher geplant war. Man hat mit Marius Wörl noch ein Talent ablösefrei unglücklicherweise verloren, der auf der 6 einige Einsätze in der Rückrunde gesammelt hat. Mit Yannick Deichmann, den wahrscheinlich zentralen Spieler der vergangenen Saison, der im Zentral-Mittelfeld immer wieder auch aggressiv gegen den Ball gearbeitet hat, auch nachher viele Tore erzielt hat. Mit Marcel Bär, ein Spieler, der in den Jahren zuvor ein ganz wichtiger Stürmer war für 60, gerade nach dem Abgang von Sascha Mölders, hat er eben die Tore besorgt, wurde auch Torschützenkönig vor knapp zwei Jahren. Mit Josef Pujamba, ein Spieler, von dem man sich sicherlich auch mehr erwartet hatte, der kam ja erst ein Jahr zuvor aus Mannheim nach 60, konnte die ganz hohen Erwartungen dort nicht erfüllen, war häufig etwas isoliert auf der rechten Außenbahn. Mit Belka hier, ein Innenverteidiger, der in der letzten Saison sehr, sehr viele Spiele gemacht hat, der dann nachher auch die Innenverteidigung häufig gebildet hat mit Jesper Falad, während dann Morgala häufig auch die rechte Position gespielt hat. Da nämlich der andere Abgang, Christoph Verlandert, den man ablösefrei nach Bielefeld hat ziehen lassen, auch ebenfalls die Erwartungen, die man in ihm hatte, nach seiner starken Saison in Verl, nicht ganz erfüllen konnte. Dann hat man auch mit Skanderovic einen Backup-Stürmer verloren, der die Erwartungen auch nicht erfüllt hat, nachdem er in Schweinfurt sehr starke Scorer-Punkte in der Regionalliga Bayern gesammelt hat. Mit Martin Kobilanski sicherlich sowas wie den Flop der Saison, der ein extrem hohes Gehalt bekommen hat, der ja aus der zweiten Liga kam von Eintracht Braunschweig, der dort bei den 60ern die zentrale Position im Irrfeld spielen sollte, mit vielen Standards auch immer wieder für Gefahr sorgen sollte. Die Erwartungen konnte er aber nicht erfüllen, war relativ schnell in der Saison außen vor, hatte große Fitnessprobleme, hat dann ganz, ganz selten, wenn überhaupt, mal an die 80, 90 Minuten gespielt. Dann hat man mit Stefan Nex noch eine absolute Vereinsikone verloren, der auch ein ganz, ganz wichtiger Scorer war in den vergangenen Jahren, also auch ein wirklich bitterer Abgang. Ja, mit Moll und Tallig dann eher Ergänzungsspieler, wobei Tallig auch viel Verletzungspech hatte, war eigentlich ein relativ vielversprechendes Talent. Mit Marius Wiltsch noch jemand, der vielleicht sportlich nicht mehr ganz weitergeholfen hat, aber jeder, der zum Beispiel die Auswechslung in seinem, die Einwechslung besser gesagt, in seinem letzten Spiel gesehen hat für 60, als er dann auch Kapitänsbinde bekommen hat und das Trikot von seiner Tochter und seiner Frau, der wird schon erahnen können, dass er durchaus für die Kabine auch ein wichtiger Mann war. Und mit Raphael Holzhauser hat man dann eine weitere Enttäuschung abgegeben nach einem halben Jahr, in dem man ihn ausgeliehen hatte. Ich denke, das wird sportlich kein allzu schwerer Verlust sein, wobei man schon gesehen hat in einigen Auszügen, dass er durchaus ein absoluter Top-Spieler für die dritte Liga ist, eigentlich viel zu gut für diese Liga. Aber so richtig funktioniert hat das Ganze dann nicht. Dann kommen wir mal zu den Zugängen in dieser Saison und da sehe ich ehrlich gesagt auch das große Problem, nachdem wir uns gerade so die, ja, doch sehr hochkarätigen Abgänge angeschaut haben. Da hat man mit Walmir Soleimani zuletzt einen Spieler verpflichtet, der in den vergangenen Jahren selten an seine Form herangekommen ist oder an sein Leistungsvermögen. Der damals bei Waldorf Mannheim wirklich eine starke Drittligasaison gespielt hat, dann zurück nach Hannover gegangen ist in der zweiten Liga, dort eigentlich nie wirklich eine ernste Rolle gespielt hat, der auch in der letzten Saison bei Ingolstadt keine gute Saison hatte, relativ selten von Anfang an spielte, viel eingewechselt wurde. Generell die Ingolstädter ja mit einer extrem schwachen Saison. Da muss man sich ja nur mal an das Rückspiel zwischen Ingolstadt zu Hause gegen 60 erinnern. Das war wirklich ein absoluter Katastrophenauftritt der Ingolstädter. Da war mit Tarsis Banga jemand verpflichtet, der in der Saison 19-20, glaube ich, für den Chemnitzer FC wirklich eine sehr gute Drittligasaison gespielt hat, da immer einer der auffälligsten war, aber allerdings trotzdem unglücklich abgestiegen ist. Damals mit Patrick Löckner als Trainer und unter anderem mit Philipp Hosiner, der vorhin ordentlich getroffen hatte. Also das war durchaus ein vielversprechender Transfer für den VfL Bochum, hat dort aber in den ganzen drei Jahren überhaupt gar keine Rolle gespielt, wurde auch in der vergangenen Saison dann, ich glaube aber nur verliehen nach Braunschweig, möglicherweise auch endgültig, das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr ganz genau, hat aber jedenfalls in den letzten drei Jahren nicht einen einzigen Scorer-Punkt gesammelt. Also das sagt schon sehr, sehr viel über ihn aus, beziehungsweise über seinen Status in den jeweiligen Vereinen, in denen er gespielt hat. Also auch ein großes Risiko, werden wir auch gleich nochmal genauer zukommen. Mit Julian Guttau hat man jemanden verpflichtet, von Freiburg 2, der zuvor schon in Halle viele Erfahrungen in der dritten Liga gesammelt hat, der jetzt aus einem guten Jahr aus der dritten Liga kommt, also von Freiburg 2, im direkten Konkurrenten. Mit Marlon Frey hat man jemanden verpflichtet, der bei Duisburg, muss man sagen, okaye Leistungen gezeigt hat, allerdings dann doch nicht die ganz hohen Erwartungen erfüllen konnte, die man damals in ihnen hatte, vor ungefähr zwei Jahren, als man ihn im Winter verpflichtet hat, vom S2000 aus der zweiten Liga, sollte dann doch schon eher ein Anführer sein, jemand, der mit Leistung vorangeht. Das war bei ihm, ehrlich gesagt, nur sehr selten der Fall. Mit Sayunahu hat man jemanden verpflichtet, der ein ordentliches Jahr bei Bayreuth gespielt hat, auch kein überragendes, aber war schon einer der wenigen auffälligen Spieler bei Bayreuth in der vergangenen Saison. Natürlich war da ein Neuenberger, der nach Magdeburg gewechselt ist, der dann doch etwas auffälligere. Mit Cancourt hat man nur ein 23-Talent verpflichtet, also jemand, der die Regularien erfüllt für die U23-Regel. Sollte ein solider Backup sein, darf man aber im ersten Moment nicht allzu viel mehr erwarten. Mit Manfred Stark hat man jemanden verpflichtet, der wirklich eine gute Saison gespielt hat für Oldenburg und natürlich mal unter den gegebenen Umständen. Ich denke, der wird gerade für die Breite, hier ist zwar das offensiv Mühlfeld eingetragen, ich werde euch aber gleich sagen, warum ich ihn dort nicht unbedingt bei 60 direkt sehe auf der Position. Ich denke, der sollte für die Kaderbreite ein ordentliches Upgrade sein, ein ordentlicher Backup. Dann hat man mit Niklas Tarnath jemanden verpflichtet, jemand, bei dem ich es nicht nachvollziehen kann, warum 60 überhaupt da ernsthaft Interesse gehabt hat. Er hat bei Rot-Weiß Essen keine besonders gute Saison gespielt, war am Anfang häufig gesetzt und ist dann im Laufe der Saison gerade in der Rückrunde auch kaum noch zum Einsatz gekommen. Ist ein sehr kleiner Spieler, körperlich eher schwach und gerade in den Zweikämpfen doch ordentlich, ja, oft zu langsam, zu zögerlich. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum man da ein ernsthaftes Interesse hatte. Der war ja auch zuvor im Probetraining bei den Kickers aus Offenbach. Konnte da nicht wirklich überzeugen, hat da in dem einen Testspiel auch einen Fehlpass zum Gegentor gespielt. Also, ja, kommen wir gleich nochmal genauer zu. Mit Quadwo hat man heute jemanden verpflichtet vom MSO Duisburg, der sich zuvor bei Saarbrücken im Probetraining vorgestellt hat, der in den vergangenen Jahren beim MSV nicht allzu glücklich oft aussah, dort allerdings auch häufig in der linken Verteidigerposition gespielt hat, was nicht absolut seine Kerndisziplin ist, sondern er ist eher ein linker Innenverteidiger, hat davor bei Würzburg und Dresden durchaus ordentliche Leistungen gezeigt, ist ja auch mit beiden Teams aufgestiegen. Mit Moritz Schröter oder mit David Richter zunächst hat man auf jeden Fall einen Konkurrenten zu Hiller verpflichtet, der auch seine Ansprüche deutlich angemeldet hat, hat gesagt, dass er nicht nur nach 60 gekommen ist, um auf der Bank zu sitzen, da darf man gespannt sein, ob es da wirklich einen echten Zweikampf geben könnte. Mit Moritz Schröter hat man sicherlich jemanden verpflichtet, bei dem man sich erhofft, dass er eine Menge Score-Up-Punkte sammeln wird über seine rechte Seite, der bei Zwickau damals für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, mit seinen vielen Vorstößen über die Außenbahn, über die rechte Außenbahn, mit vielen Flanken, die er geschlagen hat. Den hat man von Hansa Rostock verpflichtet, hat jetzt zwei eher unglückliche Jahre bei Dresden und Rostock in der zweiten Liga gehabt, dort hat es nicht richtig funktioniert. Dann hat man mit Ludewig einen Ex-Schalker verpflichtet, der damals ausgeliehen wurde von Salzburg, keine besonders guten Leistungen damals in der Bundesliga gezeigt hat, aber ich denke, für die dritte Liga sollte das durchaus passen. Und dann hat man noch vor allem ein paar A-Jugendliche hochgezogen, mit Mansour Oro Takpa und Tim Kloss. Da muss man natürlich erstmal abwarten, ob die Beine sich an das Drittliganiveau gewöhnen können. Allerdings, da konnte ich zum Beispiel aus den Foren erfahren, dass Tim Kloss durchaus ein sehr vielversprechender junger Spieler ist, der natürlich jetzt auch mit Niklas Tarnath noch einen direkten Konkurrenten dazubekommen hat. Allerdings, ja, erwartet man von ihm durchaus eine ganze Menge. Und dann würde ich auch sagen, dann kommen wir mal genauer zur Mannschaft. Ja, im Tor mit Hilla und mit Richter als Backup denke ich, sollte man sehr, sehr gut aufgestellt sein für die Dritte Liga. Hilla ist definitiv einer der besten Torhüter in der Liga. Hat in den vergangenen Jahren immer Top-Leistung eigentlich gezeigt, natürlich auch immer mit ein paar Ausflügen dann manchmal zu viel. Da ist er dann durchaus das eine oder andere mal unter einer Flanke hergesprungen, aber dennoch auf der Linie definitiv einer der Besten in der Liga, vielleicht sogar der Beste aktuell. Dann auf der linken Seite hat man aktuell ein bisschen Verletzungssorgen. Da ist Steinert, der fällt noch bis Ende August aus. Da würde dann wahrscheinlich aktuell Fabian Greilinger spielen. Eine andere Alternative wäre auch noch Ludewig nach links zu verschieben und dann Cancourt auf rechts spielen zu lassen. Allerdings gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass Greilinger als Linksfuß dann auch die Rolle übernehmen wird. In der Innenverteidigung ist man bisher relativ dünn aufgestellt. Da hat man mit Niklas Lang und mit Jesper Verlade aktuell zwei Innenverteidiger, die denke ich mal gesetzt sein sollten. Natürlich gerade Verlade mit seinem großen Namen und nach seinem starken Mannheim ja auch mit einem großen Vertrag. Da hat man ja wie eben angesprochen auf der linken Innenverteidigerposition mit Quadwo, der jetzt hier noch nicht eingetragen ist, hat man durchaus einen ordentlichen Backup. Ich denke, das sollte auf jeden Fall passen. Auf der sechs dürfte Tim Rieder gesetzt sein. Der hat aktuell noch ein bisschen Trainingsrückstand. Vielleicht versucht man da auch erstmal noch eine andere Alternative. Ich gehe aber davon aus, dass man ihn dann mindestens mal für die ersten 60 Minuten auch im ersten Spiel gegen Waldorf Mannheim bringt. Das ist denke ich auf jeden Fall ein sehr aggressiver Sechser, der zwar vielleicht für das fußballerische Kabinettstückchen nicht so bekannt ist, aber der seinen Job dort ordentlich machen wird. Da ist man denke ich mit ihm persönlich gut aufgestellt. Allerdings muss man natürlich sagen, dahinter mit Kloss und vor allem mit Tarnard, ja, da sehe ich noch große Probleme auf 60 zukommen. Sollte es da mal wirklich größere Verletzungssorgen geben, weil Tarnard eben für mich viel zu zögerlich im Zweikampf ist, lässt immer wieder den Gegner bis in tief in den 16er kommen, selbst wenn noch 25 Meter zum Tor sind für den Spieler, also er geht nicht drauf, lässt sich immer wieder zurückfallen und so weiter und so fort. Also das überzeugt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, zudem mit seiner Körpergröße und seiner Schmächtigkeit definitiv nicht der richtige als alleinige Sechser, also da bräuchte man dann auf jeden Fall jemanden noch daneben, der dann die Drecksarbeit so ein bisschen übernimmt. Auf der rechten Offensivseite mit Schröter hat man denke ich einen guten Spieler verpflichtet auf dem Papier erstmal, mehr kann man natürlich dazu noch nicht wirklich sagen, hat ja bei Zwickau eben eine starke Saison gespielt, damals in der dritten Liga 2021, also 20 und 2021, das war wirklich ein gutes Jahr, deswegen ist er auch für die zweite Liga interessant geworden. Mit Starke, den ich eben hier auf die rechte Seite gepackt habe, hat man auch einen guten Standardschützen noch als Backup, jemand der auf der rechten Außenbahn genau weiß, wie er dann den Ball wieder in die Mitte zum Beispiel zu verteilen hat, ist jetzt nicht seine große Stärke durch die rechte Seite durchzubrechen, das ist ja eher jemand, der sich den Ball dann sofort auf den Linken spielt und sofort die Flanke schlägt zum Beispiel, allerdings ein sehr cleverer Spieler, der eben weiß, wie man den Ball zu halten hat. Auf der Doppelacht hat man einmal mit Zeylunau, ja einen interessanten Spieler eben von Bayreuth verpflichtet, ich denke aber, dass es da durchaus dazu kommen könnte, dass sich eben auch andere Spieler dort noch reinspielen, wie zum Beispiel eben Malon Frey, der dann ein bisschen andere Rolle spielen würde, Zeylunau ist ja eher ein offensiverer Achter, Frey dann eher jemand, der sich auch mal ein bisschen fallen lässt und dann wieder das Spiel nach vorne aufbaut, vielleicht mit dem Pass raus zu Schröter und sich dann, ja auch mal ein bisschen tiefer fallen lässt, vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne zieht, je nachdem, auf die Spielsituation ankommt. Ja, mit Renézi hat man vielleicht den besten Spieler der letzten Saison bei 60, also Offensivspieler gehalten, der kam ja in der letzten Saison vor allem hier über die linke Seite, ist dann immer wieder in die Mitte gezogen, hat sich für Doppelpässe angeboten, ist stahlgegangen, hat aus der Distanz geschossen, hat auch viele Standards geschossen, also ich denke, das ist gut, dass man ihn halten konnte, könnte auch auf der rechten Seite zum Beispiel spielen, da hat er auch bei Regensburg oder bei Tügechi München damals viele Spiele gemacht, also ist auf jeden Fall variabel einsetzbar, könnte hier jede Position vorne spielen, mit Guttau hat man auf der linken Seite jemanden verpflichtet, der, ja, wie eben angesprochen, ein gutes Jahr bei Freiburg 2 hatte, der eher jemand ist, der über die Außen kommt, der dann auch außen durchgeht, reinflankt und einen ordentlichen linken Schuss hat, ich denke, da hat man eine gute Verpflichtung gemacht, auch wenn er vielleicht nicht dieses extrem hohe Niveau hat, was man sich bei 60 versprechen würde, und im Sturm hat man eine etwas, ja, kuriose Ausgangssituation, muss man sagen, denn der Trainer Jakobacci hat sich ganz schön über Fynn Lakenmacher ausgelassen, dass er sein Leben ein bisschen zu sehr genießen würde in München, ja, wo man natürlich gut feiern gehen kann, also das ist das zumindest, was ich daraus interpretieren konnte aus den Aussagen, finde ich etwas ungewöhnlich, zumal er auch gesagt hat, dass er am liebsten mit ihm verlängert hätte, um ihn dann wiederum auszuleihen, also zu verleihen, und das finde ich bei demjenigen, der, glaube ich, in der letzten Saison mit die meisten Tore geschossen hat, zumindest der beste Stürmer war, ja, finde ich das schon einigermaßen bemerkenswert, auch kein großer Vertrauensbeweis in Lakenmacher, der ja dann auch immer wieder gerüchtet würde, dass er möglicherweise den Verein verlässt, dann gab es dann immer wieder praktisch tagtäglich Updates, dann soll er den Verein verlassen angeblich, der Prater wäre schon auf Vereinssuche, dann war das wieder doch kein Thema, und dann, ja, im Endeffekt wird er dann doch bleiben, und mit Soleimani hat man eben jemanden, der schon lange kein wirklich gutes Jahr mehr gespielt hat, der jetzt auch die zentrale Stürmerposition in den letzten Jahren kaum noch gespielt hat, in der 1x2 Waldorf Mannheim war er durchaus ein anderer Fall, der hat ja häufig dort gespielt, beziehungsweise kam dann auch häufig über die rechte Seite, je nachdem, wie sich das gerade so im Spiel angeboten hat, also es ist ein flexibler Spieler, der auch zum Beispiel auf der linken Seite spielen könnte, da bin ich jetzt mal im Sturm eingetragen, weil eben bisher kein anderer Stürmer verpflichtet wurde, auch wenn man da noch durchaus Interesse an Stürmern hat, also man möchte auch definitiv noch einen zentralen Stürmer verpflichten, was dann auch wiederum dafür sprechen könnte, dass man dann Lakenmacher am Ende der Transferperiode doch noch abgibt, wenn dann auch die ersten Spiele ja keine große Rolle spielt, das große Problem, was ich persönlich sehe, ist, dass man bei 60 im Vergleich zur Vorsaison doch ordentlich ja abspecken musste, also der Etat wurde ja zunächst auch von 6,5 Millionen auf 4,5 gekürzt, das konnte man dann erst mit einer zusätzlichen Million und dann nochmal 500.000, die man nochmal dazu geschustert hat durch den Verkauf von Morgalla, konnte man das dann noch kompensieren, allerdings hat man dann natürlich das Problem gehabt, dass im Vergleich zum Vorher, wo man sich noch aussuchen konnte, von welchen Verein man die Spieler sozusagen verpflichtet, also man konnte sich ja wirklich mit Verlad, mit Bojamba, mit Lakenmacher und so weiter und so fort auf Renézi, glaube ich, man konnte sich ja wirklich zahlreiche Spieler frühzeitig sichern, die dann ja auch bei anderen Vereinen oder für andere Vereine sehr interessant gewesen wären, das waren praktisch als hätte man jede Aktie, die gerade hoch stand, gefühlt verpflichtet, auch mit Landert von Verheil, also da waren wirklich ja das große Shoppen bei 60 München angesagt, da hat man natürlich jetzt extrem viel Qualität definitiv verloren und man muss sagen, man hat relativ viel Mittelklasse dazu verpflichtet, also wenn ich da jetzt eben an beispielsweise eine starke Denke, der von Oldenburg gekommen ist, davor bei Zwickau gespielt hat, Selim Nahu von Bayreuth, Frey von Duisburg, Tarnath eben aus Essen, der dort keine gute Saison gespielt hat, genauso wie in Frey, also da ist und auch Soleimani, der eben bei Ingolstadt, das ist zwar im ersten Moment ein großer Name, aber wer die letzte Saison von Ingolstadt gesehen hat, der weiß, was ich meine, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen, das kann natürlich auf der anderen Seite dann auch zu einer besseren Mannschaft werden, das war ja in der letzten Saison so ein wenig das Problem, dass das spielerisch häufig relativ schlecht aussah, gerade unter Kölner, als die Außen extrem breit waren und in der Mitte gefühlt kaum Spieler, da ging ja relativ wenig spielerisch, muss man sagen, nachher, deswegen könnte es in der Hinsicht ein bisschen besser werden, ich bin allerdings relativ pessimistisch, was die Personalie Jakobacci angeht, also für mich macht er einen relativ merkwürdigen Eindruck, ich glaube, dass er kein besonders empathievoller Mensch ist, dementsprechend ja auch solche Aussagen wie Überlagenmacher macht, finde ich relativ merkwürdig, muss ich sagen, ich habe jetzt auch taktisch noch nicht das gesehen, was mich jetzt wirklich überzeugt hätte, sodass ich dann auch gesagt hätte in der Sommerpause, okay, wir gehen mit dir in die neue Saison, denn der Vertrag ging ja glaube ich sogar nur bis zum Sommer, also da hätte man definitiv auch eine neue Lösung finden können, was ich definitiv bevorzugt hätte und ja, ich bin insgesamt eher der Meinung, dass 60 gewisse Probleme bekommen könnte, gerade ja auch mit dem Auftaktspiel zu Hause gegen Mannheim, die Mannheim waren ja letztes Jahr relativ auswärts schwach, allerdings muss das natürlich nichts heißen mit Rüdiger Rehm als neuen Trainer, könnte mir gut vorstellen, dass da relativ früh dann auch Unruhe reinkommt in den Verein, dass das alles spielerisch noch nicht so funktioniert, wenn man sich ja die erste Elf auch mal so anschaut, gibt es ja gerade in der Offensive auch extrem viele Neuzugänge, das könnte am Anfang noch große Probleme geben, zu dem mit steinharten wichtigen Spieler auf der linken Verteidigerposition, der auch fürs Offensivspiel gut war, den hat man aktuell nicht zur Verfügung, Ludewig ist auch ein neuer Spieler, der ja auch offensiv dann sich viel einschalten könnte, also man hat eigentlich, was die Offensivspieler angeht, hat man bis auf Renézi und aktuell dann eben Greilinger, hat man kaum einen Spieler aus der vergangenen Saison, da sehe ich dann eben dementsprechend noch gewisse Probleme aus dem Zug kommen, zumal die Testspiele bisher auch noch nicht allzu stark sind, da hat man ja schon einige Niederlagen jetzt auch kassiert, auch zuletzt beim Turnier, unter anderem gegen den Liga-Konkurrenten und Haching mit 0 zu 1, also offensiv scheint es noch zu haken, man sucht ja auch noch einen zentralen Stürmer und ja, ich muss sagen, dass ich aktuell bei 60 München eher auf einen zweistelligen Tabellenplatz gehe, ich denke, dass sie mit dem Abstiegskampf in dem Sinne dann doch nichts zu tun haben werden, weil dann die Qualität mit einem Renézi und auch mit so Spielern wie Starke als Backup zum Beispiel, einem Guttau oder Schröter, ich denke, das sollte schon passen insgesamt, dass man da jetzt auch nicht katastrophal aufgestellt ist, also das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Aufsteigerkader oder eh nicht, also jetzt von Lübeck beispielsweise, da ist natürlich schon noch eine andere Qualität vorhanden, man hat natürlich auch mit Hiller zum Beispiel noch eine Säule, auch Verlade, denke ich, wird aus der letzten Saison ein bisschen gelernt haben, dass er da ein bisschen ruhiger in der Innenverteidigung ist, allerdings, ja, ich glaube, dass die 60er durchaus Probleme bekommen werden in der diesjährigen Saison, dass sie vielleicht keinen so guten Start haben werden und dann darf man eben gespannt sein, ob die 60er dann auch ruhig bleiben, dass sie dann vielleicht am Trainer festhalten, wobei ich, wie gesagt, kein großer Fan von ihm bin, ich ehrlich gesagt ein paar Zweifel an seinem psychischen Zustand teilweise habe, also zumindest situativ, ich finde ihn eigentlich in den Interviews extrem eloquent und das macht auch eigentlich meistens Sinn, was er da sagt, aber in der Mannschaftsführung scheint das so wirklich ein bisschen schwierig zu sein mit ihm, ist auch das, was ich so vorher mir anlesen konnte, sein vorherigen Station, dass es da dann relativ viele Probleme gab, also, ja, darf man auf jeden Fall gespannt sein, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, was ihr so denkt, wo die 60er am Ende landen, mein Tipp wäre jetzt erstmal so Platz 12, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen unten mit dabei ist, dann sich vielleicht auch Richtung Platz 10 hocharbeitet und dann am Ende, ja, auf einem ungefähr 12. Platz landet, ist natürlich schwierig immer zu sagen, in der 3. Liga geht es meistens sehr, sehr eng zu, das auf einem einzelnen Tabellenplatz runterzubrechen, ich würde jetzt einfach mal Platz 9 bis 13 ungefähr sagen, als grobe Orientierung und, ja, ansonsten würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, lasst mir doch einen Kommentar da, macht's gut und ciao. noch mal. Vielen Dank.